. . . . . . . . . So. Wir müssen pressieren, wir wollen spielen. Truth or Lie. Ganz einfach. Uns werden Behauptungen gesagt. Und wir zusammen müssen halb versteckt. Machen sich schon Mut. Lachen wir. Lachen wir. Das ist wie angst. Sorry. Wir müssen entscheiden, ob die Behauptung stimmt oder nicht. Achtung, fertig. Behauptung Nummer 1. Im Spiel zwischen den Cotswold All-Stars und dem Cambrai FC sind insgesamt 626 Goale gefallen. Das ist ein Joke. Das ist ein Fall. Wieso? Das ist ein Fall. Gell? Kann das sein, oder? Wir müssen riskieren. Verstehe? Ja. Seid ihr bereit? Achtung. Fertig. Du kannst zeigen für uns. Achtung. Fertig. Los. Oh, schön. Fertig. Es ist ja fast unmöglich, dass es eigentlich wirklich wahr sei. Die Behauptung ist korrekt. Hey! Wir sind auch stark. Wir sind auch stark. Töne. Ehe die Partie wegen Regen musste abgebrochen werden. Was ist das? Ich habe keine Ahnung über Sport. Ich habe nicht mehr. Benefitspiel. Ich habe gedacht, das ist so falsch. Aber es ist für uns. Ist gut. Wir sind wie beim Fischen, zuerst etwas Schnurr geben. Heute Behauptung. Behauptung Nr. 2. Im torreichsten WM-Spiel aller Zeiten hat die Schweiz Österreich mit 7 zu 5 geschlagen. Vati, hilf mir! Dankdorf, 66. Im torreichsten WM-Spiel aller Zeiten? Hat es nie mehr zwölf Räume gegeben? Nein, das ist sehr viel. Das ist so scheiße. Was denkst du? Was denkst du? Das hat es immer. 50er Jahre. Ja, das ist 54. Ich bin ja soweit. Ja. Wissen wir, wir wissen nicht. Simon weiss was. Achtung! Fertig! Los! Gut. Das war eigentlich nicht der. Die Behauptung ist falsch. Im torreichsten WM-Spiel aus dem Jahr 1954 hat Österreich die Schweiz 7 zu 5 geschlagen. Im torreichsten WM-Spiel aus dem Jahr 1954 hat Österreich die Schweiz 7 zu 5 geschlagen. Ja. Das ist umgekehrt. Das Wunder des Bern ist es wie ein Blau-Geschwein. Gut, weiter geht es mit der Behauptung Nummer 3. Behauptung Nummer 3. Der Goalie José Luis Chilaver hat in seiner Karriere über 30 Goal geschossen. Du musst sicher so eine Frage stellen, wenn eine Goalie in der Runde sitzt. Ja. Das kannst du alleine bei uns weissen. Wenn du das nicht weisst, gehen sämtliche Punkte von ihm weg. Weg! Eben nicht. Achtung! Fertig! Los! Du musst sagen, toppen! Unser Team! Das ist vollstes Vertrauen. Die Behauptung ist korrekt. Der paraguayanische Schlussmann hat in seiner Karriere das Nationalteam und verschiedenste Klubs tatsächlich 37 Treffer erzielt. Wusstest du den Geraden? Ich wusste. Ich wusste. Ich wusste über 30. Ich wusste nicht, wie die Zahl aber viel gemacht hat. Wenn ich auch eines. Können wir auch mal gegen rüber? Bitte! Behauptung Nummer 4. Stefan Effenberg hat im Schnitt in jedem zweiten Bundesligaspiel seiner Karriere eine Gäli Kräuter geholt. So viel? Was sagst du? Ich bin mit Ihrer Meinung schlecht gefallen. Jetzt darfst du. Achtung! Fertig! Los! Aber eigentlich, wir sind fast in jedem achten Spiel fast weg. Wir müssen einiges Gegenteil sagen. Aber das ist überhaupt falsch. Der Digger, wie man den ehemaligen Deutschen von einem Fall hat. Ich bin so schlecht. Das ist unsere Entscheidung gewesen. Das ist unsere Entscheidung gewesen. Du bist so mittelmässig. Ich bin nicht entscheidend. Was im Schnitt von Gäli Kräuter in jedem dritten Spiel ergibt. Ich bin mit, Thomas. Ja, sorry. Jedes dritte Spiel. Das ist fertig. Andi, mir wird immer vorgeworfen. Ich habe die Frage aufgeschrieben. Ist das der Beweis dafür, dass es nicht stimmt? Fünfte und letzte Part. Jetzt haben wir auch Gegner. Wir könnten sagen doppelt oder nichts. Seit der Einführung der Super League ist Marco Streller mit dem FC Basel ganze sechsmal Meister geworden. Oh, Salam im Rhein. Oh, dort möchte ich sein. Das ist ja noch weg. Es sind drei, die er hatte. Drei, die er zum Schluss hatte. Und vorher zwei, fünf. Merci, Andi. Nein, hat er nicht gehabt. Es sind wohl fünfmal. Warum hast du ihn gewonnen? Achtung, fertig, los. Die Behauptung ist falsch. Seit dem Bestehen von der Super League, das ist also 0-3-0-4, ist der Pfeil der Speller mit der Echzebte 8-mal Meister geworden. Richtig ist, ein Punkt am Wochenende oder drei. Was für eine Klatsche haben wir eingefallen. Sorry. Was für eine Klatsche haben wir eingefallen. Was für eine Klatsche haben wir eingefallen. Was für eine Klatsche haben wir eingefallen. Fünf, drei, dann dürfte das Gummibärchen liegen. So, danke vielmals. The Soccer Lounge, presented by Heilfeisen. Every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com. And we love football. D SECONICA Untertitelung des ZDF für funk, 2017